Liebe Leute, es ist windig, wahrscheinlich hört man nichts. Der Sorpelsee im Sommer mit knalldurchsichtigem Wasser. Das ist ganz toll, das kann man wahrscheinlich nicht erkennen. Und, da kommt das Schiff. Wenn wir in Langscheid angekommen sind, fahren wir auch damit. Irgendwann, wenn wir irgendwann in Langscheid angekommen sind. Das ist da hinten, oder? Ich weiß nicht. Und da gehen wir entlang. Den ganzen langen Weg. Ob da jemand auf dem Schiff ist, überhaupt? Ja, da sitzen wir hier. Oben da bei der Fahne. Und auch an der Flange auf Deck. Hinten. Da oben auch. Ah ja. Ja, das ist der Wald, geht direkt bis an einen dran. Da. Wald, quasi Strand. Blödsinn, ist kein Strand. Hier darf man doch eigentlich gar nicht schwimmen. Und da ist direkt das Wasser. Komm, käme mal. Das ist das Schiff. Also ist der Wald,